Seit dem Jahr 1999 sind die Blauhelme im Kongo aktiv. Doch die Unruhen, Massenmorde und sexuelle Übergriffe auf die Frauen hören nicht auf. Jetzt stellt sich doch die Frage, wenn diese Blauhelme tatsächlich helfen, wenn nicht das Volk. Das alles hier und jetzt bei Lux. Die Vereinten Nationen bzw. die UNO sind eine globale Organisation, die aktuell aus 193 Staaten besteht. Ihre Gründung erfolgte nach dem Zweiten Weltkrieg, um die Sicherung des Weltfriedens zu garantieren. Im Jahr 1948 gründete die Vereinten Nationen ihre Friedenstruppe bzw. UN-Soldaten. Umgangssprachlich sind sie auch als Blauhelme bekannt. Die Blauhelme bestehen aus Soldaten, die aus Mitgliedstaaten der UNO stammen. Sie werden weltweit in Konfliktzonen eingesetzt und dienen praktisch als Streitschlichter zwischen den einzelnen Parteien. Aktuell haben die UN-Soldaten 14 laufende Einsätze bzw. Missionen und einer von ihnen ist die Krise in der Demokratischen Republik Kongo. Durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrates, die an dem 30. November 1999 erfolgt ist, entschieden sie sich, eine Friedenstruppe im Kongo zu schicken, um die Stabilisierung des Landes zu bestreben. Die Mission war bis zum 30. Juni 2010 als MONOC, also Mission der Vereinten Nationen im Kongo bekannt, und seitdem als MONOSCO, was so viel wie Mission der Vereinten Nationen für die Stabilisierung im DR Kongo bedeutet. Die UN-Polizei besteht aus rund 26 Nationalitäten und auch hier sind die meisten Afrikaner. Die erste Leitung der Mission übernahm der Brite Ellen Doss bis Juni 2010, danach der deutsche Diplomat Martin Kobler bis Oktober 2015 und seitdem der nigrische Politiker und Diplomat Sambo Sidiku. Am 24. Februar 2000 wurde eine Truppenstärke von mehr als 5500 Blauhelme eingerichtet, damit die angebliche Waffenruhe beobachtet und bestätigt werden konnte. Bis 2003 griffen die Blauhelme bei einem Schusswechsel von Milizen im Kongo-Krieg nicht ein. Als aber ein Massaker in die kongolesische Zivilbevölkerung ausgeübt worden ist, diskutierte man mit der Regierung, ob die Blauhelme doch einen Schussbefehl bekommen sollten. Es kam vorläufig zu keiner Lösung. Im Jahr 2006 wurden etliche Blauhelme durch Attacken von Rebellen getötet, deshalb stieg Ende März die Truppenstärke auf etwa 16.700 Soldaten aus insgesamt 49 Ländern. Ein wichtiges Ereignis der Monarch- und der Regierungssoldaten spielte sich am 21. April 2016 in Kasana ab. Weil angeblich Rebellen sich in diesem Dorf aufgehalten haben sollen, haben die Monarch-Soldaten unter Mörserfeuer den größten Teil des Dorfes niedergebrannt. 24 bis 36 Zivilisten kamen ums Leben. Anschließend sollen die UNO-Soldaten zugeschaut haben, wie die Regierungssoldaten das restliche Dorf verbrannt haben. Bald sind es 20 Jahre her, dass die Blauhelme im Kongo sind. Und obwohl die Monoskop vor Ort ist, sind etwa 6 Millionen Menschen ums Leben gekommen. Männer werden weiterhin in illegalen Minen versklavt, Frauen werden als Sexobjekte wahrgenommen und Kinder als Kindersoldaten missbraucht. Jetzt fragt man sich, wen diese Blauhelme tatsächlich helfen. Ist es eigentlich noch sinnvoll, dass die Blauhelme weiterhin im Kongo sind? Die Meinungen sind geteilt. Seit 2001 bekämpft die Regierung ihrer Meinung nach die Unruhen im Land durch Verhandlungen mit den Feinden und arbeiten Hand in Hand mit der Monoskop zusammen. Doch mittlerweile ist die Regierung für eine Auflösung der Monoskop-Mission. Die Regierung nennt keine konkrete Erläuterung, aber sie ist der Meinung, dass wenn der Kongo unabhängig sein möchte, so müssen die Kongolesen ihre Kämpfe auch alleine bestreiten. Im Jahr 2016 forderte die Regierung die Monoskop auf, sich aufzulösen. Die Blauhelme werden mit den kongolesischen Soldaten in unterschiedlichen Bezirken aufgeteilt und da kommt schon die erste Blockade. Ihre Kommunikation besteht nur aus Zeichensprache und Mimik. Hier sind Befehle, Anordnungen oder sogar Taktiken im Ernstwald schwierig zu besprechen. Ein weiteres Problem ist die Motivation der UNO-Soldaten. Kein Blauhelm stirbt für ein fremdes Land, welches für die Regierung nachvollziehbar ist, ist aber trotzdem ein weiterer Beweis, dass die Mission der UNO unnötig sei. Das Motivationsproblem führt dazu, dass Blauhelme nie oder sehr selten in Ernstgebieten eindringen. Santo Cruz, der Befehlshaber der Blauhelmen, sagt, dass die Situation im DR Kongo aktuell sehr kompliziert sei. Grund dafür sind die grausame Vorgehensweise der Milizen und die unerwarteten Übergriffe. Eins der Hauptprobleme sind die Feinde auswendig zu machen, um die menschenverachtete Gewalttaten zu beenden. Das Ziel von Monosco ist eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der kongolesischen Polizei, der Regierungsarmee und der Vereinten Nationen, in dem Fall die Missionen vor Ort. Was das Ganze erschwert, sind die gewissen Prozesse der kongolesischen Polizei und der Regierungsarmee, die vor den Blauhelmen verheimlicht werden. Beispielsweise werden Gefangenen-Rebellen-Gruppe ohne Prozess und ohne Absprache in Kinshasa überstellt. Dort verschwinden die Täter in den meisten Fällen spurlos. Martin Kobler machte der Regierung klar, dass keine Offiziere eingesetzt werden sollten, die eine menschenrechtsverletzende Spur in ihrer Laufbahn hatten. Vielmehr werden diese immer wieder eingesetzt, während gute Offiziere grundlos ihren Job verlieren. Die Monosco ist der Meinung, dass die Mission im Kongo fortgesetzt werden sollte, jedoch muss die Zusammenarbeit deutlich verbessert werden. Die Regierung als auch die Blauhelme haben ihre Defizite. Doch solange sie das gleiche Ziel verfolgen, und zwar der Schutz der Bevölkerung und die Stabilisierung des Landes, werde man laut UNO bestehen. Die Opposition und ihre Aktivisten, die als Les Combatants, also die Freiheitskämpfer, bekannt sind, sind gemeinsam die einzige Partei, die Volksnähe praktizieren. Es sind meistens nur Politiker oder Aktivisten, die in einfachen Verhältnissen leben. Honoré Guanda gab als Ergebnis einer Umfrage im Jahr 2016 bekannt, dass die meisten Kongolesen neben der Regierung auch die Rolle der Blauhelme infrage stellen. Denn obwohl die UNO im Kongo sind, können sie sich nicht erklären, warum ihre teuerste Mission mit rund 20.000 Soldaten machtlos gegenüber die Gewalttheiten der Milizen sind. Folgendes kommentierte der Polit-Experte Honoré Guanda in einer Fernsenshow. Der Kongo ist das Opfer der gesetzlosen Globalisierung. 70% der weltweiten Koltan-Reserven befinden sich allein im Kongo, welches eins der wichtigsten oder vielleicht das wichtigste Rohstoff für die Digitalisierung weltweit ist. Seitdem herrscht im Kongo eine systematische Ausbeutung im Kolonialstil. Es ist kein Geheimnis, dass der Kongo keine Politiker besitzt, sondern nur Menschen, die für ihre eigene Taschen arbeiten. Die Regierung plant und schützt ihr schmutziges Geschäft. Und die Blauhelme, sind sie wirklich die Hilfe, die sich das Volk so sehr erhofft hat? Wir, die Opposition, sagen ganz klar Nein. Viele dieser Blauhelmsoldaten benehmen sich im Kongo so, als wären sie im wilden Westen. Die Bevölkerung glaubt, dass sie nur als Tarnung im Kongo sind, um das Geschäft zu schützen. Während die Polizei mit scharfer Munition auf Protestanten schießt, schauen die Blauhelme nur zu. Und das schlimmste Problem ist der Kampf gegen Frauen. Von den verfeindeten Milizen aus dem Ausland wie Rwanda oder Uganda werden Babys, Kinder, Jugendliche und Frauen vergewaltigt oder verstümmelt. Anstatt dass die UNO gegen diese vorgehen, tauchen grausame Fakten auf. Mehrmals wurden Kinder als auch Frauen von Blauhelmen entführt und anschließend vergewaltigt. Andere von Einzelpersonen, aber die meisten von sechs bis acht gleichzeitig. Viele wurden dadurch bedauerlicherweise geschwängert und alleingelassen. Pastor Kumbale aus Kivu sagt in einem weiteren ART-Interview, dass es keine Relation zwischen den Blauhelmen und der Zivilgesellschaft gäbe. Vielmehr patrouillieren die UN-Seltern in ihren Fahrzeugen oder Flugzeugen, ohne einmal auf das Volk zuzugehen. In einer Nacht wurde das Dorf Beni in Nordkivu von rwandesischen Rebellen überfallen und für solche Fälle gab die Monosco in allen Dörfern eine Notrufnummer. Doch wie ist es möglich, dass diese Rebellen von 19 Uhr bis 23 Uhr in Ruhe ihren Massaker vollbringen und ohne Gegenwehr das Geschehen verlassen können, wobei das Hauptquartier der UNO nicht zwei Kilometer entfernt ist. Nein, die bewaffneten UNO-Soldaten, die seit 2016 ihre Schusswaffen benutzen dürfen, sind wie immer nur da, um die Leichen zu zählen. Kommen wir nun zum Fazit. Während die kongolesische Regierung meint, die Probleme alleine lösen zu können, ist die UNO der Auffassung, dass sie es nur gemeinsam schaffen. Meiner Meinung nach stehe ich hinter der Bevölkerung und sage, dass beide Positionen nicht klar sind. Spulen wir doch mal etwas zurück. Sagt euch der Name Patrice Lumumba etwas? Lumumba gehört zu den größten Freiheitskämpfern und Visionären, den Afrika und die Welt für den Kampf um die Unabhängigkeit je gesehen hat. Damit der Kongo weiterhin Eigentum der westlichen Welt bleibt, musste der charismatische Premierminister Lumumba beseitigt werden. Nach seiner illegalen Verhaftung wurde er zu seinen Erzfeinden in den Tod transportiert. Jetzt dürft ihr dreimal raten, welcher Verein für Lumumbas Flug in den Tod verantwortlich ist. Richtig, die UN-Soldaten, organisiert von der CIA. Zurück zur Frage. Wem oder was helfen diese Blauhelme? Welche Mission verfolgt die UNO tatsächlich im Kongo? Diese Frage kann ich euch leider nicht beantworten. Was ich euch aber mit Sicherheit sagen kann, ist, dass dort ein ziemlich falsches Spiel gespielt wird. Das war es jetzt auch schon mit der Chaos im Kongo-Reihe. Demnächst machen wir weiter mit Südafrika. Von Nelson Mandela hast du bestimmt schon vieles gehört. Ist er wirklich ein Held Afrikas oder möchte man das uns nur so verkaufen? Bleib dran.